Hallo, hier ist euer RoboCox28 wieder zurück bei Army of Two. Ich habe meinen Charakter ein bisschen getunt. In der Overkill Edition. Äh, Army of Two Charakter. Auf der rechten Seite ist ein Vorsprung. Wir klettern hoch und flankieren das Ding vom Dach aus. Verstanden. Geil, das Teil leuchtet ja. 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 Rein, Ante! Ich wurde jetzt schon geblieben. Hierher! Danke, Bruder! Alpha, ich helfe die hoch, komm her! Scheiße, das klappt nicht! Räuberleiter. Noch mit dir! Da hat du Scheiße wächst. Wir werden uns hoffen, dass er kommt mit einem Evakuierungstruck. Wir werden uns hoffen. Die Overkill Edition Tarnung ist ja geil. Äh, nicht Granate Tarnung. Ich weiss jetzt nicht, ob man das Teil jetzt nur hat, wie man die Overkill Edition hat. Ich weiss jetzt nicht. Du bist jetzt. Du bist jetzt nicht. Du bist jetzt nicht mehr bei den Weg. Wir kommen zum anderen. Mann! 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 Gehen wir mal mit dem hoch hier. Menzi-Tannung leuchtet ja. Headshot. Headshot. Ich werfe eine Splittergranate. Ja, wir haben geschossen, das scheiß Wex. Schnell rein. Oh, schon zu Ende. Schnell rein. Ich habe alles erfüllt und eh nichts. Ja, nicht wahr wie der Scheiss. Ja. Warte auf Partner. Ja. Ja, zum Marginal. Dann ähm. Dann. Marginal. Schauen wir einfach mal dort rein. Ami auf 2. Hier sind geile Menümusik. Die sehen doch fast gleich aus. Kaufen. Ja, wie teuer. 2.000. Kaufen. Magazin. 3.000 kaufen. Das Visier. Ja. Wie viel kostet das Ding? Ah, guck. Nehmen wir doch das. Jetzt gehen wir zurück. 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 Ey. Der andere will jedes Mal ins Arsenal. Der andere will jedes Mal ins Arsenal.